Oh, Mann. Wie haben wir seit Wochen da draußen mit keinem heißem Wasser? Ich habe immer meine Tüte verbrüht. Just wie Daniel. Jetzt kann ich nicht genug Tüftpaste bekommen. Ich sah ein paar Tüte da hinten ein paar Nachts vor. Ich weiß nicht, ob es Klairs oder Stevens sind. Wow. Sie haben uns sicher auf Klairs für den Winter gebraucht. Ich hoffe, ich werde niemals auf eine Klairsche halten müssen, um eine Klairsche zu nehmen. Sie haben so viele Pächer und Dinge zu nehmen. Es ist ein bisschen alt. Es ist verrückt, wie es hier alles knallt und knallt ist. Es ist ziemlich die Veränderung von unserem letzten Haus. Okay, das Bett. Was ist da drin? Es ist schon seit wir hier hier getroffen. Bestimmt ist das das Zimmer ihrer Mutter. Better not sneak in. They won't like it. Alright. Warum kann man es dann öffnen? Oh na gut. Hier sind die netten Gastgeber hier. Gehen wir mal runter. Schauen wir mal, was Obilay in uns gemacht hat. Okay, scheinbar haben wir tolle Brettspiele verpasst. Meine Fresse. Better hit the kitchen quick. Claire is waiting for us. Okay, okay. Ach, da ist es doch schon. Oh my. Schau, wer ist awake. Guten Morgen, sleepyhead. Es ist das Bett. Es fühlt sich wie eine Klairsche. Ich weiß. Daniel. Breakfast time. Your brother ist bereit. Grandpa showin' mir deine Boxcar. Steven. Your grandson. Your grandson needs to eat now. You can show him the Boxcar later. I love how they're getting along. Do you need help or anything? Oh, don't worry. I can do this in the dark. Thanks for the offer. Alright, alright. Are you boys done playing? We had a express delivery with the passengers. But the engine goes down. Yep. Has to go straight to the workshop. Good. No trains in the kitchen. Remember? Gotcha, chief. Choo-choo! Liebe Entwickler, wehe, dem beiden Großeltern passiert irgendwas. Oh, sugar. He can fix his trains, but not my kitchen. Did I make enough? Everything's okay? It's me. As usual. You're the best cook ever. Looks like you're getting cozy with this new country life, after all. Yeah. It's nice to be far away from everything. Feels like we're the only ones out here. Well, that's exactly why we love it. It feels safe. Unlike the big city. I get it. I like it. It's cool here. Well, bless your soul. You'd get along good with our neighbors. We try to lend a hand. Like to Charles next door. He lost his wife, and things have been hard on him and his son. He would just get lost in Seattle. But we're all taking care of him. But we're all taking care of him here. How old is his son? I think he's your age. Oh, cool. Uh-oh. Uh-oh. I thought Stephen was a fast eater. Hey, Grandma. I wanted to ask you something about that locked room upstairs. I told you, there is nothing to see in it, Daniel. Why were you in it this morning, then? Because there's a lot of old junk in there. And besides, it's not safe for you to explore, okay? But we'll be fine. Why don't you go explore outside? You sure look like you're getting better. Get some fresh air. I'll wait for Sean. And then we'll go. We won't be loud. Promise. But be careful, nobody sees you. Stay in the back. Okay? Maybe you should tell him that it was Karen's room. It's just a room now. Sean. Nothing to see. Daniel needs that. He doesn't know anything about her. I know, poor thing. But his mother isn't in there anymore. So nobody goes in the room, okay? I'm serious. Did mom ever contact you? She only talked to dad a few times. Then she was gone. Yes, she was. You know, Sean? I don't really want to talk about this anymore. It's over. Anyway. You have to respect my rules under my roof. Okay? Natürlich, aber ich werde langsam neugierig, wer die Mutter war. Ist es vielleicht jemand, den wir gekannt haben oder den man hätte kennen können aus dem letzten Spiel? Ja, Fragen über Fragen. Of course. Always. I appreciate that, Sean. Now you better go find your brother. There's a shed with some old toys outside. I'll bet Steven has the key. Ten year old freak. Thank you. Oh, man. I miss dad and his silly. Santa Gringo accent. I heard Claire rehearse some songs. She's got the groove. Klingt doch ganz nett. Okay, ein Aquarium ohne Fische? Okay, das ist eigenartig oder versteckt sich da vielleicht ein Krebs oder so. Gibt ja auch Leute, die sich gerne in Krabben halten. Okay, da ist Daniel, aber... I better catch up with Steven and get those keys. Yeah. Daniel's going nuts in here. Was ist er? Zwischenetage? Hinten hinüber lehnen? Ah, okay, nur so wollte ich uns sagen. Ja, aber man gewöhnt sich an alles. Okay, wo könnte Steven sein? Stevie! Wo bist du? Okay. Okay, kann man Licht anmachen? Wow. Mal gucken, was hat sie da geschrieben? Liebster Ehemann, falls sie Wäsche wäscht, folge bitte diesen einfachen Regeln. Weiß- und Buntwäsche nicht müssen. Niemals. Benutze ein Becherwaschmittel, rote Schachtel für jede Ladung. Falls du meine Kleidung wäscht, benutze den Waschgang Feinwäsche, damit du nicht noch mehr meiner Sachen ruinierst. Liebe deine Frau. Jo, ist schon wichtig sowas. Aber das Bügelbrett hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Okay, da ist er eindeutig nicht. Mensch, Steven, wo bist du denn? Wo ist jetzt Daniel schon wieder hin? Jungs und Mädels, wenn ihr dauernd... Ah, da ist ja schon mal Steven. Alright. Okay, okay. Wenn ich die Tür öffne, möchte ich ein paar Sekunden sprechen. Es ist die Power Cable, natürlich. Das passiert immer so. Äh, das Geil ist vor allem die Wahrheit sagen, ach. Ach, ich bin dafür, die Wahrheit zu sagen, also. Den beiden können sie vertrauen. Ja. Ich glaube. Aber... Wie ist das möglich? Ich meine, er kann... Well, du kennst mehr als ich. Ähm, nicht wirklich. Es begann in Seattle, nachdem... Alles ist passiert. Ich wünschte, dass ich es zu erklären kann, aber... Das ist wie es jetzt ist. Und wir müssen mit ihm leben. Ich... Ich wirklich nicht weiß, was zu denken. Er braucht einen Doktor. Oder... etwas. Dann würde ich wahrscheinlich nie sehen ihn wieder. Ja, ich verstehe. Er braucht dich. Er braucht dich. Mehr als alles andere. Und bei der Frage, lass uns das zwischen uns bleiben. Claire hat viele starken Glauben. Sie... Sie... würden nicht verstehen. Sie liebt, Daniel. Und Sie wollen beide zu sein, dass Sie sicher sind und glücklich sind. Sie... Sie wollen... Sie wollen... Sie wollen... Sie wollen... Sie wollen... Sie können hier mit uns bleiben. Sie können hier mit uns bleiben. Ich weiß, dass Sie die Kinder planen, um nach Mexiko zu gehen, aber... Sie können hier mit uns bleiben. 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 Ich will. Hey, äh... Claire hat gesagt, dass du die Schläge für die Schäden hast. Oh, sicher. Sie können hier mit uns bleiben. Hier. Sie haben die Sonne gefühlt. Haha, vielen Dank. Und bemerkbar mit dieser Schäden. Es ist wahrscheinlich ein Schäden. Danke. Ich bin mir sicher, wir werden es überleben. Es ist gut, dich zu sehen. Ah, da bist du, Sean. Hast du die Schläge? Hey. Ich muss raus gehen und ein paar Schritte laufen. Kannst du mir einen großen Vorteil machen? Kennst du, wie eine Waschmaschine zu arbeiten? Seitdem ich etwa acht Jahre alt war. Natürlich. Kannst du dir deine und deine Brüder Klappen, nach dem nächsten Lauf? Sie sind in der Klappe. Total. Ja. Kein Problem. Vielen Dank. Feel free to start tidying your stuff, too. Es ist gut für die Gesundheit, zu halten eine Hausklappe. Definitiviert. Daniel kann helfen. Ah, und remember, für deine eigene Sicherheit, kein Telefon und kein Internet. Ich weiß, ich weiß, Boring rules. Don't worry, Claire. Hey, Daniel. Hier ist Arbeit für dich. Uh, no. I'm busy. Okay. Busy, my ass. Come over here. Ist er da drin? Hm, ne. Hm. Im Schrank, also, wow. Das wäre eine Nummer. Ja, das wäre echt eine Nummer gewesen, wenn er sich da verkriechen könnte. Gotcha. Hm. 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 Du bist clever. Aber nicht clever genug, Bruderherz. Witz. Ja. Ja. Witzig, das ist ziemlich anders aus dem, den wir noch zu Hause hatten. Hm, hm, hm. Wo könnte er sich versteckt haben? Ansehen, nee, nee. Liebesroman, oh la la. Hey, um, have you seen Daniel? He's hiding somewhere. Running away from chores. I can relate. Sorry Sean, he's not in here. I swear. Yeah, well, thanks. Okay. Okay. Das kann ja nur nach oben sein. Na warte, Daniel, wenn ich dich erwische, dann... ...werde ich dich durchkitzeln. Ich kann nicht glauben, dass es schon eine Woche gewesen ist, seit wir hier sind. Es war Karrens room. Hm. Ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben.